Hi, hier ist Caro. Ein Jazz-Move of the day. Habe ich mir gedacht, mache ich mal meinen favorite Move. Wir nennen ihn hier die Scissor-Kicks. Vielleicht kennt sie jemand anders. Ich zeige es doch mal am Anfang und dann Schritt für Schritt was da dazugehört. Scissor-Kicks sehen ungefähr so aus. Das ist ein Fun-Move. Den mache ich gerne bei so ein bisschen schnellerer Musik und mir nichts anderes einfällt. Sieht immer gut aus. Sehr dynamisch, macht Spaß. Geht eben auch auf schnellere Musik, wenn man die Füße mal sortiert hat. Was man dazu braucht, ich mache jetzt mal so ein paar Dinge. Der Anfang könnt ihr auch mitmachen. Wir stellen uns mal auf rechts alle und springen ganz leicht auf den linken Fuß und machen diese Bewegung. Ja, vielleicht seht ihr das nicht so gut. Ich gehe hier ein bisschen runter. Ja, eins zur. Fünf, sechs, sieben und hoch. Ja, fünf, sechs, sieben und ein bisschen runter. Und macht dabei halt diesen ganz entspannten Kick zur Seite. Das gleiche brauchen wir auch auf der anderen Seite. Da stehen wir drauf links. Fünf, sechs, sieben und hoch. Fünf, sechs, sieben und down. Fünf, sechs, sieben und down. Das könnt ihr alle für euch ein bisschen üben, damit ihr ein bisschen dieses nach unten gehen drin habt. Und dann der Rhythmus von dem Move, der hat was mit Kickball Changes zu tun. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ich mache sie noch mal kurz vor. Kickball Change sagt eigentlich schon, was passiert. Wir machen einen Kick und dann mit dem Ballen einen Fußwechsel. Ja, Kick, Ball Change. Weil ich habe rechts und links. Kick, Ball Change. Das sind die meisten auf einer Seite schon gewohnt. Es ist one, a two, three, a four, five, a six, seven, a eight. Geht auch auf der anderen Seite. Ist für die meisten ungewohnt, für mich auch. Ja, dann macht man eins und zwei. Eins und zwei. Kick, Ball Change. Kick, Ball Change. Ja, ich stehe am Anfang auf einem Fuß und am Ende auch wieder auf dem gleichen Fuß. Obwohl ich mal in dem Fall jetzt mit links kicke. Ich lande später wieder auf rechts. Ja. Kick, Ball Change. So, das brauchen wir dafür. Was wir eben machen wollen. Normalerweise machen wir Kick, Ball Change immer zu einer Seite. Weil wir stehen ja immer auf dem Fuß. Und für den Move wollen wir, sehr habt ihr gesehen, in zwei Richtungen machen. Und dafür machen wir dann quasi Kick, Ball Change. Und machen dann quasi das gleiche auf der anderen Seite. Das ist der tricky Part. Wir müssen quasi gleichzeitig auf den freien Fuß uns ein bisschen drauf fallen lassen und kicken. Und machen dann das gleiche. Kick, Ball Change. Kick, Ball Change. Kick, Ball Change. Das ist jetzt noch nicht der finale Rhythmus. Kick, Ball Change. Kick, Ball Change. Kick, Ball Change. Genau. Erstmal das üben, dass man überhaupt weiß, welcher Fuß wann kommt. Und das kann man dann auch mal im besseren Rhythmus machen. Das wäre dann Kick, Ball Change, Kick, Ball Change, Kick, Ball Change, Kick, Ball Change. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ich weiß nicht, warum ich nur sechs zähle. Egal. Ihr kriegt die Idee. Genau. Das kann man üben. Und dann kommt die Königsdisziplin. Habt ihr gesehen, der Move sieht am Ende so aus. Und das ist, weil ich einen Cross habe. Und den reinzukriegen, der ist nicht so einfach. Der ist nämlich bei dem Kick, Ball Change. Ja. Wir machen ein Kick, Ball, Cross. Anstatt Kick, Ball Change auf der gleichen Stelle, nehmt ihr einfach den Fuß und macht einen kleinen Cross. Und lasst euch da auch drauf fallen. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Geht auch mit der anderen Seite. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Ja. Kick, Ball, Cross. Das einfach mal ein bisschen, ein paar Mal machen. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Und dann machen wir genau das gleiche wie vorhin. Wir hüpfen dann quasi auf den anderen Fuß mit Kicks, nur dass wir halt vorher gecrossed haben. Dann Kick, Ball, Cross. Kick. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Das ist schwierig, langsam. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. Und wenn man es dann halbwegs im Rückruf macht, machen wir mal 5, 6, 7, 8. Kick, Ball, Cross. Kick, Ball, Cross. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4. Ja. Ich glaube, das wäre es. Wir müssen es erstmal nicht schneller machen. Danke. Danke.